Zuerst machen wir die reine Präzision. Wir können das Gewicht auf die andere Seite verschieben, aber jetzt geht es natürlich in die andere Richtung. Wir sehen natürlich, ob das Gesamtdrehenmoment eben so oder so nicht dicken will. Geht das natürlich einmal in die eine und einmal in die andere Richtung. Das ist ja auch das und das ist ja auch das. Und zusätzlich... ... Okay, ja, dann möchte ich es eigentlich für heute verlassen. Also ich werde die Ehre als persönlicherweise weglassen. Aber ich sehe, glaube ich, diese Art und Weise gut in der Zeit und es geht dabei nicht allzu viel. Ich bedanke mich wieder für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.